Und dann Moinsen zum Vorbericht zum Bremen-Spiel. Es ist Sonntag geht es ab, geht es wieder ins Traditionsduell 15.30 Uhr und logischerweise, wenn es gegen Bremen geht, absoluter OG, machen das hier schon seit über vier Jahren mittlerweile, ist natürlich Real Nico da. Moin. Moin, mein Lieber, erstmal schön, dass ich hier sein darf und ich freue mich da sehr auf unseren Talk. Hat ja mittlerweile wirklich eine Riesentradition und könnte zwar gerne unter anderen Bedingungen hier sein, gerne, wenn beide erfolgreich sind, aber ich gönne euch das sehr und freue mich heute hier zu sein. Ja, das wäre ein Traum, das Bild aus der ewigen Tabelle von der Bundesliga, Platz 3 gegen Platz 4, wäre am Sonntag auch noch ein bisschen knackiger. Bei ihm natürlich auch schon ein Video online gegangen oder gerade schon aufgenommen vorher, da geht es natürlich hauptsächlich um den VfB und hier bei uns, wir kennen den VfB, geht es natürlich hauptsächlich um Bremen. Und da direkt mal die ganz simple Frage, ich glaube, du hast einiges dazu zu erzählen. Wie ist denn so gerade die Lage in Bremen? Gibt es ja einiges, Kater, Aussagen und so weiter. Gib mal ein bisschen Einblick in deine Gedanken zu Bremen. Aktuell sehr, sehr schwer. Vor sieben Wochen sah das Ganze echt anders noch aus. Da waren wir auf dem Platz sieben, konnten tatsächlich so ein bisschen hochblicken. Ich bin immer ein Fan davon, wenn in einer Saison was möglich ist oder möglich scheint, dann musst du das auch anpacken. Die Aussagen gab es auch von den Spielern, die haben auch alle betont gehabt, dass die nach oben schauen, dass man eben keine Lust hat, immer nur nach unten zu schauen. Marco Friedl hat als Kapitän auch etwas sehr Geiles gesagt, er hat keine Lust jedes Jahr nur um die Goldene Ananas zu spielen. Absolut richtig eigentlich, aber leider dann viele Verletzte auch gehabt, was dazukommt. Ich weiß, es haben alle anderen Vereine auch, ist klar. Aber ja, wir kamen leider in so einen Strudel rein, der alles andere als positiv ist. Er hat angefangen beim Darmstadt-Spiel 2 zu 2. Damals war ich da im Stadion, es war echt ein Katastrophenspiel. Eigentlich hätten wir das Spiel noch verlieren müssen, wenn man so ehrlich ist. Das letzte Tor von Darmstadt, das war dann halt echt mehr Glück als Verstand. Ja, das war schwierig. Ja, und danach wurde es eigentlich immer nur noch schlechter. Wir haben seit Ende Januar nie mehr als ein Tor geschossen. Super hart. Wir haben das letzte Mal gewonnen vor zwei Monaten knapp. Also jetzt, wenn wir gegen Stuttgart spielen, Mitte Februar, jetzt Mitte April haben wir. Das sind natürlich alles keine positiven Sinnbilder. Und dazu kommen dann noch Nebenschauplätze, Interviews, die dann schwierig sind. Sagen wir mal, wenn Dursch zum Beispiel jetzt gesagt hat, wenn es nach den Fans geht, dann muss ich im Sommer weg. Oder dann soll ich im Sommer weg. Dann gab es eine Umfrage von der Vereinsinternen Zeitschrift Deichturbe. Da waren dann um die 60 Prozent dafür, dass er bleibt. Das ist natürlich für die ja eigentlich alle ein Arschtritt, dass er dann sowas sagt öffentlich. Auch allgemein ist das ein Arschtritt, das immer zu verallgemeinern. Weil es gibt ja immer zwei Seiten. Und ich finde, berechtigte Kritik ist ja auch nochmal was ganz anderes, als dann eben, wenn es um nur Beleidigungen oder Bedrohungen oder sowas geht. Davon distanzieren wir sowieso alle. Also das ist eh klar, das ist eh Schwachsinn. Aber das würde ich gar nicht in diese Meinungen mit reinziehen. Weißt du, wenn es ja normale Kritik ist, wo man sagt, ey, das und das und das passt vielleicht nicht, sollte man sich vielleicht manchmal mehr hinterfragen. Bei Keita, der hat jetzt nochmal Rich einen draufgesetzt, hat dann gegen Leverkusen sich einfach dafür entschieden, gar nicht erst im Bus zu steigen. Nach dem Training waren die Jungs duschen und dann haben die Jungs nur gesagt, komm, der ist gerade in Privatklamotten abgehauen. Das war die Info. Und am nächsten Tag ist er dann auch nicht in den Bus gestiegen, beziehungsweise auch, ich glaube, das war sogar am selben Tag dann. Ist er nicht mit nach Leverkusen gefahren, weil er nicht in der Startelf steht. Auch nicht schlecht, ne? Daraufhin jetzt die Suspendierung. Bis zum Ende der Saison ist er komplett desuspendiert und Geldstrafe von 100.000 Euro, also auch noch ordentlich Kohle. Da muss man sagen, das wurde ja vorher vertraglich gehegelt, diese Summen, deswegen ist das dann immer gut, dass man da jetzt nicht so drüber streiten muss. Aber ich glaube, dass das auch das Ende von dem Kapitelthema Keita sein könnte. Je nachdem, wer ein neuer Trainer kommen würde, dann könnte man vielleicht nochmal sagen, es gibt eine Art Neuanfang, Restart. Unter Ole Werner sage ich das Kapitel zu. Ja, das war jetzt eigentlich erstmal so das Sinnbild, was wir jetzt gerade haben. Ja, Keita ist schon irgendwie am Ende echt, auch irgendwie schade so ein bisschen, dass es so ein Missverständnis geworden ist. Obwohl das auch mal drüber gequatscht gehabt. Da waren ja auch ein paar andere Vereine dran und dachten, wow, cool, wenn der verletzungsfrei bleibt, dann ist das echt ein Coup. Aber so jetzt am Ende, hat er vier, fünf Spiele gemacht oder wie oft hat er überhaupt gespielt für euch? Ja, vier, fünf Spiele waren es. Das war dann halt auch alles. Das ist halt das Traurige dann da wieder dran, ne? Ich kann dazu auch nur sagen, überleg mal, als er gekommen ist. Ich meine, wir wussten alle über seine Verletzungsanfälligkeit. Das war ja alles klar. Das ist auch alles, ich sag mal, okay, ne? Am Ende sind es jetzt aber fünf Einsätze geworden, zwei gelbe Karten ohne Assist. Das ist dann brutal einfach, ne? Ja, ein Teil auch Verletzungen. Dann aber auch, als er dann auch fit war, auch vom Afrika-Cup zurückkam und so, dann kriegt er halt seine Einsatzzeiten auch nicht. Hat immer nur ein Tempo, so. Da ist dann aber auch wieder so ein Ding, das kennen wir auch alle, ne? Hast du einen Trainer, der jetzt sagt, ey, das und das sind vielleicht trotzdem die Stärken, die so gut sind, bei ihm eben diese Spielstärke einfach, dann binde ich den ein, dass ich den irgendwie trotzdem spielen kann. Nehmen wir doch nun mal Max Kruse zum Beispiel bei uns damals. Der war auch nie der Schnellste, auch nie der am meisten gelaufen ist, aber super wichtig fürs Spiel. So, weil er halt so ein Strippenzieher war. Sowas hätte vielleicht auch kälter sein können, eventuell, aber ich glaube, dass da auch einfach prallen Welten aufeinander. Das war jetzt wir auch mit Kovac und Kruse, die konnten auch nicht. Und Werner will im Mittelfeld Leute haben, die viel laufen, vor allen Dingen auch. Und ist sehr großer Fan davon, dass sie alle erstmal seine Spielidee sozusagen verinnerlichen und dann eben mehr Einsätze kriegen. Das dauert verhältnismäßig sehr, sehr lange bei allen Spielern. Und deswegen, ja, ist das sehr, sehr schwer gewesen mit Catern, leider. Ja, da wären wir auch so ein bisschen beim Trainer schon. Da können wir sowieso ein Lied von singen, ganz oben dabei mit HSV, Schalke und so weiter und so fort. Bei euch auch einiges an Durchlauf, sag ich mal. Aber Ole Werner wirkt immer so auch so rund um Aufstieg dann so nach dem Motto, ey, das passt doch wie Arsch auf Eimer. Mit dem Trainer macht man es ein bisschen. Ich glaube mittlerweile, jetzt vielleicht auch von einer außenstehenden Perspektive bin ich so tief drin bei Bremen, aber wirkt jetzt mittlerweile ein bisschen toxischer oder ein bisschen, ich sag mal, die Fans ein bisschen bereiter dafür, da vielleicht auch einen neuen Schritt einzuleiten oder wie schwer ist es gerade für Werner in Sachen Jobgarantie und so weiter? Also wenn es nach Fritz geht oder was wir da jetzt hören, dann ist er da komplett fest im Sattel, hat da die absolute Rückendeckung bekommen. Tut mir immer schwer damit, wie man das deuten kann, es hat Kohfeldt genau in den gleichen Worten damals von Frank Baumann auch bekommen und ich glaube ein oder zwei später danach war er weg. Man muss halt das Grobe und Ganze sehen. Ole Werner hat, als er uns übernommen hat, das war Ende 2021, also der ist ja schon auch jetzt ein paar Jahre da, muss man so sagen. Von dem her bis jetzt gab es schon viele Höhen und Tiefen. Der Aufstieg werden wir alle ihm nie vergessen, das war super geil, freuen wir uns alle total drüber, gar keine Frage. Werden wir immer dankbar sein, letzte Saison uns in der Liga gehalten, da fing es aber auch schon an in der Rückrunde mit diesem Problemchen. Spieler ranführen, war echt ein Thema, auf junge Spieler setzen, ganz, ganz schwache Rückrunde gespielt und viele, viele Ausreden dafür immer gehabt. Und diese Ausredenfindung, die wird gefühlt immer schlimmer, aber auch so allgemein, also manchmal wirkt Werder auch so in dieser Auskommunikation sehr unreflektiert, wenn man das mal so sagen kann. Ja, man muss auch sagen, Ole Werner hat jetzt insgesamt mit dem Aufstieg im Punkteschnitt von 1,3 aktuell, das entspricht dem Niveau, in Anführungszeichen, von Kofeld, Skripnik, Nuri. So, also, und die sind alle drei geflogen. Jetzt kommt das Schlimmere noch, wenn du jetzt nur die Bundesliga siehst, also das heißt, du ziehst jetzt die Zweitligaspieler ab, wenn du jetzt nur die Bundesliga spielst, dann sind wir bei einem Punktschnitt von, in der Bundesliga, 1,06. Das ist ein Bundesligaschnitt. Das ist natürlich, genau, das ist natürlich zu wenig. Und jetzt kommt das, was man auch noch, das letzte Mal, dass wir jemanden hatten, der mit einem 1,0 Schnitt da war, das war Robin Dutt, 2014, der geflogen ist mit 1,02. Also da ist Werner nah dran an dieser Nummer. Und da muss man jetzt auch wirklich sagen, das ist jetzt also auch nochmal so ein Ding. Und dann jetzt sich darauf zu beruhen, dass der Klassenerhalt ja das Ziel war und so weiter, ist für mich zu wenig. Also du kannst das jetzt nicht, nachdem es sieben, acht Spieltagen nur scheiße ist, jetzt sagen wir, es ging ja nur um den Klassenerhalt und so weiter. Mit dem werden wir schon das Ziel schaukeln, so auf gut Deutsch. Wenn du vor sieben Spieltagen auf dem siebten warst, der ganze Verein, also wirklich alle Spieler und so weiter gesagt haben, wir schauen nach oben. Du hast mitbekommen, dass es zweimal einen erfolgreichen Weg gab und beide Male hast du bestätigt bekommen von den Spielern, dass es nicht wegen dem Trainer war, nicht wegen dem Verein war, sondern weil die Spieler gesagt haben, die haben keinen Bock mehr nach unten zu gucken, die wollen mehr, mehr, die wollen mehr erreichen. Und du hast es nicht geschafft als Verein, als Trainer, als Manager, alle, die drumherum sind, man kann von mir aus ja alle damit reintun, diese Euphorie mitzunehmen und dann wirklich was zu kreieren, wie zum Beispiel Augsburg, die vor sieben Spieltagen, ich glaube, sechs Punkte hinter uns noch waren, jetzt auf dem siebten mit Abstand sind. Also das ist halt, und wir wissen alle, diese Saison kann es sein, dass acht, vielleicht sogar neun ganz crazy fällt. Da geht einiges. Genau, also überleg mal, wer alles europäisch denn spielt, und du hattest diese Chance, und das, obwohl es kein Bundesliga-Mittelfeld gab, sieht man ja auch immer noch, bei euch, da kommt ja keiner ran, also da sind ja so Abstände da drin, und du schaffst es dann nicht, da irgendwie ranzukommen und berufst dich darauf, ja, Klassenerhalt ist ja kein Thema, so nach dem Motto. Wir haben jetzt noch fünf Spieler, eins davon gegen euch, eins gegen RB Leipzig, so, das sind schon mal so meine zwei Pleiten im Kopf, und dann hast du drei Endspiele gegen Gladbach, Augsburg und Bochum. Letzter Spieltag übrigens gegen Bochum, wo es vielleicht im schlimmsten Fall für beide ein Endspiel ist, was ich auf keinen Fall hoffe, weil sowas ist immer scheiße. Aber was ich damit sagen will, ist, von mir aus, oder wenn er ist ja auch noch ein junger Trainer, Erfolg gibt ja auch immer irgendwo recht, weißt du? Wenn dann der, es wäre mir auch egal, welcher Trainer, wenn ein Trainer erfolgreich ist in einer Saison und dann wirklich liefert, und diese Kritikpunkte, die man hat, wegwischt, so, weißt du, dass dann zack, er zeigt dir das, dann bin ich bei jedem Trainer dann wieder dafür. Also ich schließe nie was aus, aber aktuell sehe ich da keine Weiterentwicklung mit dem neuen Ziel, wir wollen nächste Saison im Windschatten von Europa mitspielen. Überleg mal, diese Saison, was du für eine Möglichkeit hast, diese Saison war safe, einfacher, europäisch mitzuspielen. Ich habe vorhin auch schon angesprochen bei dir im Video, da ist ja ein riesen Qualitätsabfall auf einmal ab Platz 5, 6 von mir aus. Frankfurt, die wissen, hatten wir jetzt ja erst mit dem 3-0, ich habe ja auch mit Kollegen gesprochen von Frankfurt, die wussten selber nicht, warum sie noch auf Platz 6 sind aktuell. Hoffenheim mit Serien von zwei Siegen aus acht Spielen sind noch in Reichweite. Also diese Saison reicht tendenziell weniger, damit du irgendwo auf 7, 8 rumtunst. Hundertprozentig und deswegen sage ich ja auch, wenn man jetzt nächstes Jahr in so eine Richtung gehen will und auch mit dem Geld, was wir bekommen haben, das fängt ja jetzt praktisch erst im Sommer an, so zu investieren, da wollen wir junge Spieler weiterentwickeln. Das ist jetzt nicht zwangsweise Ole Werners Masterclass-Aufgabe. Das wird einfach sehr, sehr schwer werden und ich sehe das Potenzial da aktuell nicht drin. Also in diesem Weg zusammen, lass mich gerne mal eines Besseren belehren, aber wenn ich mir das angucke, aktuell in der laufenden Saison 1,07 sind es gerade, Punkteschnitt, DEP-Pokal, erste Runde raus. Also Erfolgserlebnisse sind da wirklich so einzelne Dinger gewesen, wie dann gegen Bayern, dieser Sieg, der war supergeil, aber das sind dann diese Ausnahmen halt, leider. Der hätte ein bisschen mehr noch bewirken müssen sollen, wahrscheinlich der Sieg in München. Aber es klingt echt so ein bisschen raus, wie das Außenstehende, wenn ich das so bewerte quasi, auch was du sagst zu Werner, der Verlauf von ihm bisher, klingt ein bisschen nach dem Motto, jo, lass mal noch durchlaufen, jetzt noch einen rausschmeißen, fünf Spiele vor Saisonende, muss nicht sein. Wir holen die Punkte hoffentlich irgendwie, um drin zu bleiben und dann machst du halt einen Cut im Sommer, wenn du eben sagst, da kommt ein bisschen Geld vielleicht rein oder zumindest eine neue Marschroute rein, die mit dem Trainer vielleicht nicht ganz zu gehen ist. Dann klingt es für mich zumindest mal, ich weiß nicht, wie die Berichtlage ist, ob das überhaupt realistisch ist. Wie gesagt, du hast die Aussage von Fritz gebracht zum Beispiel, aber klingt für mich eigentlich nach einer logischen Entscheidung, zu sagen, komm, wir bringen Saison irgendwie gut zu Ende, bleiben drin und ab Sommer machen wir dann einen Cut und einen neuen Trainer. Ja, und für mich ist es so ein bisschen, also es gibt Gerüchte, dass Stuttgart ein Endspiel sein kann, das sind aber Internetgerüchte aktuell, also die kann man natürlich immer nicht, aber es sind halt Gerüchte. Ich sage auch, verlierst du jetzt gegen Stuttgart auch noch, was ja durchaus realistisch ist. Ich sage das ja selber, Stuttgart ist für mich nach Leverkusen die zweitbeste Mannschaft in der Liga, auch fußballerisch anzuschauen, macht super viel Spaß, nur jetzt am Sonntag gerne mal nicht, ist klar, aber prinzipiell ist es so einfach, aus meiner Empfindung heraus. Aber wenn du das jetzt auch noch verlierst, dann sind es nur noch vier Spiele. Von mir aus ziehe den Trainer-Effekt auch. Also wenn du darin mehr siehst, dass du sagst, ey, dann nimmst du Nelson Valdez, gerade Co-Trainer, auch wenn er auf drei ist, auf gut Deutsch, ist egal, zieh den ran, der hat keine Pro-Lizenz, für Interimsthema glaube ich nicht mal zwangsweise nötig und selbst wenn, kriegst du es gedribbelt, sowas kriegst du sowieso als Pro-Lizist immer gedribbelt, ja, dann nimmst du halt den zweiten Co-Meldes, den an offiziell und Valdez macht das trotzdem. Warum sage ich jetzt Valdez als Beispiel, es gibt einfach immer wieder, das ist sowieso, Trainer-Effekt ist sowieso immer die eine Sache, die andere Sache ist aber auch, wenn ein Trainer so eine gewisse Ausstrahlung hat, also so eine gewisse Aura allein. Und das hast du halt, wie jetzt zum Beispiel bei Leverkusen ja auch mit Alonso, so bei Bremen vielleicht dann auch mit Valdez. Es geht jetzt nicht darum, um zwangsweise einen Vergleich mit Alonso zu ziehen, sondern es war jetzt nur ein Beispiel halt, wie sowas auch aussehen kann, weil es ja immer gerne Negativbeispiele gibt, auch für Traineranlassungen, das ist ja auch immer geil. Dann wird auf Traditionsvereine gesagt, ja, schaut mal nach Hamburg, Schalke und so weiter. Ja, okay, Bruder, kein Problem, dann schaut doch mal bitte auch nach Stuttgart. Also das ist dann so dieses, ich hasse das, ja. Genau, das wird immer nur in eine Richtung und deswegen sage ich immer, das sage ich auch in meinen Videos immer, du musst immer beide Seiten sehen und ich sehe sowohl Schalke-Hastau, ich sehe aber auch eben, was Freiburg über Jahre gemacht hat, was Stuttgart über Jahre jetzt gemacht hat, von letztem Jahr zu diesem Jahr alleine, diese Entwicklung, das ist ja das Klasse, weil davor wart ihr ja eigentlich genau auf dem gleichen Scheißfahrt wie wir, wenn man mal so ehrlich ist. War auch lange festgehalten, der Matarazzo, war auch schon sehr untypisch. Aber letztes Jahr war ja vorbei, vier verschiedene Trainer. Genau, richtig, aber vier verschiedene Trainer und dann kommt ja dieses Entscheidende, wo ich sage, das ist vielleicht die Stellschraube, dann überlegt man, dann hat man den perfekten Trainer gehabt und das ist eigentlich der Ausgangspunkt von eurem Erfolg, also bis jetzt so. Weil sonst hat sich ja nicht viel verändert. Qualitativ, vor der Saison hätten vielleicht viele gesagt, habt ihr euch vielleicht sogar verschlechert, gerade mit Endo dann, Endo zu Stilla allein, vor der Saison jetzt, ohne dass man jetzt weiß, wie es gelaufen ist. Das war schon hart. Genauso wie hier Sosa, Sosa Mittelstädt, da hätte auch niemand gesagt, ja okay, Deal. Da war eigentlich E2 eingeplant auf links. Ja, richtig, siehst du. Und das sind halt immer dann so Dinger, wo ich sage, du musst ja gucken, wo hat diese Entwicklung stattgefunden oder was war vielleicht ein Ankerpunkt, wo du auch hin kannst. Da musst du halt aus Werder Sicht vielleicht einfach dann auch ein Stück weit lernen und nicht eben immer nur zu sagen, ja dann der Kader hier, das ist bei uns, Kader, Finanzen da, Finanzen hier. Ja, damit haben viele, viele andere Bundeslisten auch zu kämpfen und trotzdem sieht man dann da auch, auch das zum Beispiel auch was, was ihr auch die ganze Zeit ja gemacht habt, die hat ja auch immer wieder trotzdem auf junge Spieler gesetzt. Ja. Wenn ich da auch denke an Mio, der ist ja jetzt bei 30 Millionen, aber der hat bei euch auch schon gespielt mit zweieinhalb Millionen Mark. Ja, der kam für 1,7. Also, genau, das ist ja genau der Weg. Wie alt war der? Wo der schon gespielt hat bei euch? War der noch 19? Weiß ich gar nicht. Das ist auch jetzt immer noch, glaube ich, 21 oder so. Das ist ja auch dein Alter. Das ist ja auch der Weg. Wir kennen es ja genauso. Wie gesagt, wir sind ja ähnlich, ähnlich gebeutelte Traditionsvereine, auch von dem, wo wir gekommen sind, runtergefallen sind, Abstiege, dies, das. Wir sind wirklich sehr, sehr ähnlich in der Entwicklung auch. Beide Corona geplagt gewesen und so Geschichten. Und dann war eben, ist ja auch die Strategie auch unter Missentat vor allem gewesen, jetzt auch unter Wohlgemut noch, dass du halt Kohle einnehmen musst und halt nicht wieder die komplette Kohle rausgeben kannst. Das heißt, du musst eben Stammspieler abgeben und dann eben Leute mit Potenzial holen. Das heißt, du kannst auch nicht viel ausgeben. Ein Ito zum Beispiel kam aus der zweiten japanischen für 500.000, ein Mittelstädt für 500.000, jetzt ein Führig ist ja auch, zweieinhalb Millionen, das war ja auch nicht viel. Das ist ein Gonzales abgegeben für 20 oder so rund um den Dreh und hast für zweieinhalb einen Führig geholt, hat seine Jahre gebraucht. Zweieinhalb Jahre ist er gebraucht zum richtig reinkommen, anderthalb, zwei Jahre. Aber jetzt funktioniert es halt eben und in die Zeit gibt es eben die Methode, die wir jetzt hatten. Auch Junge, Wilde ist ja sowieso bei uns tief, tief drin in der DNA. Aber bei euch klingt es echt so ein bisschen rein vom Trainermäßig, dass ihr jetzt mal ganz, ganz simpel gesagt im besten Fall jetzt euren Hoeneß finden müsstet. Weil es ist entweder der eine, ich sage, ich entlasse jetzt einen Werner, hole nur Interim, der es über die Runden bringt, hole ab Sommer einen neuen oder ich hole im besten Fall jetzt schon einen, der jetzt dieses Saison zu Ende bringt und dann eben auch über den Sommer hinaus bleibt. Und da jemanden zu finden, ist natürlich dann brutal schwer. Absolut. Deswegen meine ich ja auch, ich bin bei sowas immer auch pro Spende, wenn es darum geht, Chancen zu geben. Werner hat sehr viele Chancen gerade. Verliert er jetzt, wie gesagt, auch gegen Stuttgart. Es ist trotzdem immer noch ein Heimspiel in Bremen. So, du musst da irgendwas draus ziehen. Also kannst ja nicht, weißt du, so, wenn du dir da jetzt, sagen wir mal, gehen wirklich unter wie in Leverkusen. 4-0 oder sowas. Das ist ja jetzt nicht durch, also ist jetzt nicht unrealistisch. Wenn so ein Undorf mal Bock bekommt mit einem Gerasi, dann kann das schon mal schnell knallen. Und wir schießen ja eh nicht mehr als ein Tor. Das ist dann so, weißt du, da kannst du ja eh schon Briefmarke drauf machen. Und wenn das passieren sollte, dann bin ich schon dafür, wenn man darüber spricht, über Chancen zu geben, mit jungen Spielern arbeiten, sowas wie Valdez zu nehmen. Er hat die U23 mittrainiert, auch als Co-Trainer. Die Spieler haben gesagt, das ist sowas wie ein Kumpel für den. Die können auch zu dem kommen, wenn es Probleme gibt und so weiter. Die haben das Gefühl, man kann mit dem reden. Super wichtig. Und wie gesagt, Aura war beim Double Sieg damals dabei, 2004. Also das ist allein so dieses, er war mit dem Verein auch, weißt du, erfolgreich. Dann aber auch international, bei Paraguay, auch bei Dortmund und so weiter. Aber das sind halt alles so Sachen, wo du vielleicht hochgucken kannst auch, gerade als junger Spieler. Und dann hast du, das ist nämlich genau das Ding, dann hast du vielleicht den Trainer-Effekt, bleibst in der Liga für diese vier Spiele, du hast ja nichts zu verlieren, schaust dir an. Und wenn du sagst, pass auf, war jetzt nett, war gut, du machst jetzt danach weiter deinen Trainergang und wir nehmen im Sommer jetzt den XY-Trainer, dann ist das so. Aber da hast du eine Chance vergeben, sozusagen, ohne zwangsweise einen Doppelgehalt direkt in der laufenden Saison dann zu haben. Weil, klar, das ist ja dann auch immer so ein Thema, Trainer-Geldlisten kennt ihr euch ja auch, Trainer weiterbezahlen ist dann immer nice. Ja. Ja, aber das ist halt, das gehört dann irgendwo alles mit da rein und deswegen, ich bin super gespannt, wie das da weitergeht mit Werner in dieser Perspektive, aber aktuell ist es eine sehr, sehr schwierige Lage. Ja, ist aber 100% eine spannende Idee. Also wäre ich jetzt als Außenstehender auch, ich sag mal, ready für das, sich das jetzt anzugucken und auch alles 100 Mal besser als das typische Trainerkarussell. Ich meine, da müssen wir auch nicht drüber reden, wenn die typischen Namen wieder aufgewärmt werden, ist ja auch nur noch nervig. Da bei dir, einer der Ersten, der geschrieben wird. Das ist so cool, das kann ich dir auch. Das kannst du ja vergessen. Also ich weiß nicht, was die da teilweise tun, damit sie immer noch in diesen Gerüchten sind. Außer es geht mal so geil auf, wie jetzt, ein bisschen out of context, aber es geht mal so geil auf, wie beim Gisdol, der gerade in der Türkei vergöttert wird. Das ist ja auch total witzig. Aber bleiben wir bei eurer Saison noch. Du hast gesagt, fünf Spiele noch. Wie sehr hast du denn wirklich, ich sag mal, Angst, jetzt sind noch fünf Punkte auf Mainz zum Beispiel, natürlich noch viel unten dabei, auch bei euch in eurer Punkteregion viel dabei. Wie viel Angst ist tatsächlich da, dass man vielleicht noch runterrutscht oder glaubst du auch, in Anführungszeichen jetzt mal, ohne böse zu sein, trotz Ole Werner, bleibt die Saison schon im Sinne vom Klassenhalt? Du, ich sehe das schon auch noch als realistisch an, dass man da die Scheiße greifen kann, weil einfach, keine Mannschaft ist so richtig konstant. Wenn wir dann wirklich über Kader und so weiter sprechen, dann sind Vereine schon wie Wolfsburg und Union, die durchaus über uns stehen, werden am Ende. Kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, auch wenn die beide sehr schwankend sind, aber Union in der Rückrunde ist schon nicht ganz so zu unterschätzen, das ist auch was ganz anderes als in der Hinrunde. Die holen halt ihre Punkte mit ihrem, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, nicht so schönen Fußball. Gladbach kannst du überhaupt nicht einschätzen, die sind mal Hü, mal Hot, aber die schießen halt extrem viele Tore, deswegen kann ich mir vorstellen, dass die am Ende nochmal zwei, drei Punkte holen, die dann reichen. Ich sage auch prinzipiell, ein Dreier wahrscheinlich reicht, so vom Ding her. Unsere größte Chance sehe ich im Spiel gegen Bochum, das muss ich so sagen und dass einfach diese Menge an Mannschaften, die gerade da noch mit drin sind, das ist nur ein bisschen unsere Chance. Ich finde es aber schon schade, dass ich das so sagen muss und nicht über Eigenleistung das sagen kann. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass wir, weil wir das schaffen, in der Liga bleiben, sondern einfach, weil andere schlechter sind. Das ist einfach das, was ich glaube. Mainz, sage ich, kommt aber safe unten raus. Die machen es richtig, richtig gut momentan, auch deutlich besser als wir, auch vom Spielstil her. Die haben es echt gefangen, gefunden. Augsburg ist ja mittlerweile ganz weit weg, das muss man ja auch so sagen. Und das wird auch ein richtig schweres Spiel, gegen die noch werden. Und ja, deswegen, ich habe schon ein Stück weit Angst, weil damals hätte es auch keiner gedacht, als sie abgestiegen sind. Das waren auch übrigens die gleiche Punktzahl, 31 Punkte, mit der wir abgestiegen sind. Du wolltest gerade sagen, es sind eben auch so ein bisschen die Flashbacks da, auch schlechte Rückrunde und so. Richtig, zehn Spiele hintereinander verloren. Eins davon war unentschieden. Jetzt haben wir aktuell auch alle verloren, einen unentschieden. Wenn wir jetzt die anderen alle verlieren, dann haben wir genau den gleichen Verlauf. Das ist natürlich Worst Case, aber da, deswegen sage ich ja, daraus musst du lernen. Du darfst jetzt nicht so wie bei Kohfeldt damals das Ganze machen und dir das bis zum Ende anschauen und sagen, ja, es wird schon, sondern dann zieh halt den Trainereffekt. So, und zieh den bitte nicht am letzten Spieltag. Das ist dann auch so ein ganz wichtiges Ding für mich jetzt einfach. Das kannst du nicht machen. Und deswegen sage ich auch, wenn du Stuttgart weg hast auf gut Deutsch und verlierst das Ding ganz hoch, ist es eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, weil da kommt Augsburg, Gladbach, dann Leipzig. Das heißt, du hast erstmal Augsburg, Gladbach, wo du vielleicht schon mit dem Trainereffekt was machen kannst. Da reicht ja vielleicht sogar ein Dreier schon rein vom Ding her, je nachdem, wie die anderen spielen. Dann hast du Leipzig, das wird nochmal hart, aber dann hast du auch am letzten Spieltag Bochum zu Hause. Also du hast mit einem neuen Trainer dann beispielsweise nur ein Spiel, wo du sagst, boah, Leipzig, die anderen sagst du, vielleicht geht da was. So, ja, und wenn man es jetzt mal so dreht, so wie du es ja auch schon gedreht hast, ohne dass ich jetzt zu überheblich werde, aber wenn man es mal so dreht, dass wir es am Sonntag gewinnen, würdest du quasi auch dem neuen Trainer nicht direkt quasi so ein Scheißspiel vor die Füße geben, ne? So quasi erstes Spiel zu Hause Stuttgart, wir sind ja gerade da oben dabei, es fühlt sich immer noch so real an, ich bin da immer noch so ein bisschen vorsichtig oder zurückhaltend manchmal, aber das ist ja wie wenn du jetzt dem sagst, oder letzte Woche sagst, ey, neuer Trainer spielt das erste Spiel in Leverkusen, das ist ja komplett für den Arsch, so vom Ding her, also ist eine Idee und auch neuer Trainer-Effekt hat ja auch Mainz zum Beispiel gehabt, natürlich sehr viel früher, aber auch das war ja gewagt, weil Spencer ist ja bei Gott kein schlechter Trainer, aber es hat eben dieses Feeling gefehlt, dieses Anstupsen gefehlt, dass der neue Trainer voll drin hat, das ist ja auch so ein bisschen so ein bisschen ein Freak der Typ, aber im positivsten Sinne, die marschieren da durch, du hast Köln unten, die noch einige direkte Duelle haben, wo ich mir auch eigentlich wünsche, dass sie drinbleiben, rein vom Faktor Reaktionsverein in allem, Bochum auch, da sind ja einige dabei da unten, deswegen, ich bin gerade noch als Außenstehender durchaus positiv, dass ihr da unten drinbleibt, weil eben jetzt auch 31 Punkte, letzte Saison, ich glaube, bei uns ja 33 gereicht auf Relegationen und auch so wie es quasi drehen, ich glaube, der Worst Case für euch wäre halt Relegationen, macht auch keinen Spaß, dabei zumindest kein direkter Abstieg, weil Köln ja schon noch ein bisschen Abstand hat, können natürlich Punkte noch holen, Darmstadt, dies, das, die Spiele, aber ich glaube, der Worst Case wäre für euch noch Relegationen und ein Sieg, gewinne Gladbach zu Hause, zum Beispiel, da wäre ich brutal positiv für eure Sicht, aus eurer Sicht, da zu gewinnen, hast du 34 und das reicht dann meistens mal mindestens für Relegationen, deswegen wäre ich da noch einen Tacken positiver und gehen wir dann mal auf Sonntag, was glaubst du, wie geht ihr es heran, auch vom Kater her natürlich interessant, wir haben nur mitbekommen, hier eine rote Karte, da einer irgendwie verletzt, wie sieht es denn da aus? Piedel kommt zurück, Jürgen kommt zurück, die waren beide gesperrt, Stey ist weiterhin gesperrt, also der wird weiterhin fehlen, Stark weiterhin verletzt, Pipa verletzt, die sind schon mal alle raus, dann hast du einen Jimmer aktuell immer noch verletzt, fraglich, heute, wir haben jetzt Mittwoch, so müssen wir es ja gerade aufnehmen, immer noch nicht im Teamtraining, das heißt, selbst wenn er morgen dabei ist, dann weißt du nicht, ob das jetzt zwangsweise für Startelf reicht, also das ist schon sehr eng alles, wird auf jeden Fall nicht bei 100 Prozent sein, so ehrlich muss man sein, ja, also schon sehr gebeutelt, Alvero auch noch verletzt, fällt mir gerade ein, im Mittelfeld, wenn wir darüber reden, Keita, die Suspendierung, also das ist schon ein Stück weit dezimiert gerade, wenn man das mal so betrachten möchte, gegen Stuttgart erwarte ich da nicht sonderlich viel, muss man sagen, also für mich ist das wirklich ein Spiel, wo ich sage, Stuttgart ist für mich der ganz klare Favorit, Stuttgart ist auch für mich die Mannschaft, die wesentlich bessere im Fußball spielt, ich glaube, dass wir trotz dessen versuchen werden, immer wieder mal das Spiel zu machen, glaube aber nicht, dass es unbedingt ein Vorteil ist, wenn Stuttgart dann kontern kann mit Tempo, das sehe ich dann auch sogar eher als wirklich gefährlich an, Problem ist aber auch, wenn ihr das Spiel macht, sehe ich uns auch nicht so in der Verteidigung, dass ich sage, wir verteidigen das mal eben weg, ich hoffe schon sehr, das Problem da dann auch wieder ist, wer macht denn bei uns die Konter, stell mal vor, ein Jimmer spielt dann auch nicht, wir haben kein Tempo vorne, also wenn dann wolltest du mal eine Dux wieder spielen, das kann gar nicht, kann kein einziger Konter mit Tempo werden, wenn dann nur über die Außen, du musst auch mal hoffen, dass Weiser mal irgendwann wieder einen Prime-Tag erwischt, das wäre auch mal wieder toll, aber ja, positiv stimmt mich momentan nicht sonderlich viel, das Positivste am Spiel ist wirklich, dass es zu Hause ist, dass das Stadion auf jeden Fall supporten wird, auf jeden Fall brennen wird, was dann fraglich wird, und das sage ich ganz offen ehrlich, wenn Stuttgart früh zum Beispiel 2-0 führt, machst direkt am Anfang ein Tor und dann haust du Nummer 1 hinterher, ist ja nicht ganz so unwahrscheinlich, wenn man jetzt auch das Spiel gegen Frankfurt gesehen hat, dann wäre ich auch sehr gespannt, was das Stadion macht, also dann wird es wirklich interessant werden, weil das ist dann auch echt eine Negativreihe, wo du sagst, ach du Scheiße, also es kommt schon sehr stark auch aufs Auftreten an, das sage ich ganz offen ehrlich, wenn du da siehst, dass Bremen da sehr schnell auseinandergenommen wird, dann ist glaube ich richtig was los, ich hoffe aber so ein bisschen auch auf diese Friedel Aura und so weiter, der ist wirklich, der hat die Saison einen riesen Step gemacht, ganz ganz positiv, dass ein Jimmer wieder dabei ist, dass er vielleicht auch am Ende dann eher reinkommt, weil er halt vielleicht noch nicht ganz fit ist, aber dann nochmal mit Tempo was geht, auf so Sachen hoffe ich halt, ne, ja. Ja, also tabellarisch ist es natürlich ein klares Duell, auch Heimtabelle, Austertabelle, Jahrestabelle, Rückrundtabelle, Pipapo, der ganze Spaß da, was ich auch bei dir schon angesprochen hatte, was ich auch interessant fand, ist das Thema Führung, ich glaube darauf wird es ein bisschen angekommen, natürlich auch, ist das sowieso schon so, aber auch statistisch dann eben, wenn ihr zu Hause führt, natürlich direkt ein Effekt drin, ein Weserstadion kann natürlich auch nochmal gut abgehen, bei uns natürlich auch Augsburg ausverkauft, das ist ja auch logisch, also wir führen für eine geile Atmosphäre auf den Sonntag, aber tatsächlich haben wir aus unseren, glaube ich, 24 Führungen einmal noch verloren und ihr habt aus 13 Führungen gar nicht verloren, die einzige Mannschaft neben Augsburg und Leverkusen noch nie verloren hat nach Führungen, das heißt, da müssen wir auch aufpassen, ist uns ja auch schon mal passiert, zum Beispiel jetzt, also selten logischerweise, ne, bei so einer Saison, aber in Gladbach direkt nach zwei, drei Minuten da mit Doppelpack, Hack 2-0 hinten gewesen, also sowas ist durchaus auch mal möglich, irgendwo auswärts gerade eben auch, Gladbach ja auch ein Gegner, wo du normalerweise auf die Tabelle schaust und sagst, gut, da gewinnst Stuttgart auswärts, aber hier und da ist es drin, ich sehe es aber ehrlicherweise jetzt im Sinne von Hoffnung machen oder wie auch immer, sehe ich es ehrlicherweise nicht so wirklich gerade, ich übe mich sehr in Vorsicht, weil ich nicht überdrehen will, weil es einfach so besonders ist und weil es auch immer noch, hast du, glaube ich, auch bei dir mich gefragt im Video, weil es immer noch so ein bisschen unwahr ist oder sich so unwahr anfühlt, auch am Samstag nach dem Spiel gegen Frankfurt in der Kurve, schon in der Halbzeitpause schon, führst da 3-0, weißt, das Spiel ist eigentlich vorbei, feierst noch, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde nach, Abpfiff in der Kurve noch, singst denselben Gesang eine halbe Stunde lang, es ist sehr, sehr surreal aktuell, so eine Saison, wo du, wie gesagt, es ist ja Rekorde über Rekorde, Gerasie, und auf alle, beste Saison der Vereinsgeschichte, dies, das, so eine Saison, wo du in vier, fünf Jahren drauf schaust nach dem Motto, kriege ich das Ganze zu verarbeiten, aber natürlich gehen wir als Favorit da rein, Bremen für mich, habe ich auch bei dir schon angesprochen, ist halt traditionell eklig, also in Bremen spielen wir nicht so gerne, aber wir geschaut gehabt, haben dieses Corona-Spiel gewonnen, da, glaube 2-1 war es damals, 2-20, und davor war der letzte Sieg 2006 in Bremen, also es ist an für sich immer eklig, deswegen war ich da auch immer vorsichtig, habe uns teilweise in den Tabellenrechnern irgendwie mal einen Punkt gegeben in Bremen, um eben auch nicht zu überdrehen, von wegen, wir gewinnen jetzt jedes Spiel, was ja auch ein bisschen albern wäre. Das war das Stilas-Tor, ne? Genau, genau, das war der Skandal, so, da ging auch bei dir ein Video ganz gut steil, habe ich noch in Erinnerung. Ja, ja, das war lange Zeit, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, das erfolgreichste Video mit über 30.000 Aufrufen, war auch nicht so verkehrt, ne? Ja, das war wild, das war auch nur noch eine gute Saison, Materazzo direkt nach dem Aufstieg, das war noch die gute Saison aus den letzten Jahren, dann eben, glaube auch neunter geworden, mit auch Chancen auf Europa, aber diese Saison, das war unser Abstieg. Boah, ist richtig, stimmt, ja. Das ist eine tolle Saison, ja, super Saison war das, das erinnere ich mich total gerne an diese Saison, ja. Ja, nee, das ist eklig, aber so weit kommt die Saison nicht, mit einem Abstieg, da glaube ich nicht dran, ich drücke da unten einigen die Daumen, Köln, Bremen und so weiter, eigentlich auch Bochum nicht, aber irgendwer geht halt runter, Mainz eigentlich auch nicht so verkehrt, aber irgendwer steigt halt ab, aber um so ein Spiel zurückzukommen, bin ich durchaus positiv und es wäre eben, das ist auch abschließlich, zum Abschluss von mir, mir quasi, es wäre auch der nächste Statement-Sieg in dem Sinne, in Sachen Statistiken und sowas brechen, so wie das 2-0 bei Union Anfang der Saison, wo viele gedacht haben, ist das vielleicht der, das, das Anführungszeichen einfache Rest, das einfache Anfangsprogramm, ist auch so ein bisschen Running Gag geworden bei uns, von wegen, die ersten 29 Spiele waren, aber auch einfach angesetzt, was uns auch viele so ein bisschen hinterher gesagt haben immer, und dann gewinnst du bei Union auf einmal wirklich 3-0, gewinnst in Köln 2-0 und so Geschichten und es wäre der nächste Statement-Sieg im Sinne von, diese Saison geht echt alles, wenn du jetzt auch noch in Bremen gewinnst, aber bevor ich meinen Tipp abgebe, gerne deinen Ergebnistipp für Sonntag. Also Wunschtipp, gesagt ich dir ganz offen, ehrlich, ist ein 2-2, das ist jetzt der wirkliche Wunschtipp, also Best Case, dass der, ich sag nicht mal im Best Case, dass wir gewinnen, also selbst da bin ich wirklich, das ist einfach viel zu weit weg, dafür spielt Stuttgart auch zu konstant gut, das muss man auch wirklich anerkennen, einfach an der Stelle. Wenn ich aber nach meinem Bauchgefühl, und das ist so leider das, was ich denke, dann sage ich 3-0 Stuttgart, ich glaube gar nicht mal, dass wir ein Tor schießen, das ich sehr, sehr schade finden würde, weil ich auch noch da bin, das habe ich in meinem Video nicht mal gesagt gerade eben, aber das wäre echt scheiße, weil du halt wirklich, so kennst du selber dann, und ich wohne ja nicht in Bremen auch, also ich fahre ja hin, jetzt fürs ganze Wochenende und dann nimmst du den ganzen Wochenende in Bremen, freust dich auf das Spiel und dann musst du vielleicht ein 3-0 aus erster Reihe gefühlt anschauen, ist nicht schön, aber ja, ich hoffe, wie gesagt, wirklich auf ein gutes Spiel, auf einen fairen Schlagabtausch, auf gut Deutsch, dass vielleicht irgendwas für Werder drin ist, und danach, wie gesagt, bin ich absolut weiter dabei, dass man Stuttgart die Daumen drückt, tolle Saison spielt, Vorbildvereine dieser Saison, da will ich auch, dass Werder zu sowas hinschaut und nicht dann anfängt, die Aussehen zu suchen, ja, aber was haben die besser als wir, was können die anders machen, sondern wirklich, zu sagen, was können wir vielleicht davon lernen, manche Punkte kannst du vielleicht nicht, aber vielleicht bei manchen eben schon, wo kannst du ansetzen, und ja, sowas, glaube ich, ist immer gut, wenn du so eine Art Weiterentwicklung auch selber voranbringst, ja. Ja, da kann ich quasi direkt ins selbe Loch blasen, sagt man das, ich habe gar keine Ahnung, aber auf jeden Fall auch bei euch logischerweise, bitte drinbleiben, ich tippe auch beim Sonntag natürlich positiv für uns, wie im letzten Spiele, das ist ja auch nochmal das Krasse, ich glaube, mit Nübel ist, glaube ich, der zweitbeste Keeper, was das angeht, mit quasi weißen Westen, ich glaube, zehnmal schon zu null gespielt oder neun oder zehnmal zu null, normalerweise tippe ich immer auf irgendwie so ein irgendein Gegentor, fangen wir uns eh schon, aber die Zeit ist auch eigentlich vorbei seit ein paar Wochen, deswegen würde ich auch fast in die Richtung gehen, von deinem, ich sage mal, realistischen Tipp oder wie auch immer, mit 0-2, 0-3 irgendwo in die Richtung, ich weiß jetzt nicht, 0-3 klingt immer so richtig hart, weil es ist schon kurz vor, kurz vor Kantersieg, deswegen, ich gehe mal auch von 0-2 tatsächlich in Bremen und wünsche euch natürlich besonders über die Saison hinaus nur das Beste, großer Verein, großer Saisonsverein, Sonntag wird geil, wird auch am TV geil rüberkommen, ich sage gerne natürlich, ihr, die das Video schaut, dann zu ihm gehen, natürlich da gerne verfolgen, der vor Ort ist, ich will da im Stream natürlich, wer da gerne dazukommt, will live, danach natürlich den ganzen Rest dann auch gerne bei Nico vorbeischauen, danke, dass du hier am Start warst, wie immer. Danke für die Einladung, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht wieder, hoffentlich irgendwann auch für beide Vereine erfolgreiche Zeiten, ich glaube, gerade die Tradition zu einem, müssen da auch zusammenhalten, einfach auch wenn da mal Sachen sind, über die man sich aufregt, wie damals mit Silas oder so, aber das gehört auch alles so ein Stück weit an der Vergangenheit an, ich glaube, wir wissen alle, wie das ist, wenn man am Boden liegt, da tritt keiner dann drauf, das ist einfach auch scheiße, ja und deswegen, ich wünsche euch aber wirklich nur das Beste, Gratulation zu der tollen Saison auch bis jetzt schon, viel Glück für den Endsport und nur Liebe, ja. Ja, ich glaube, wir können es ja sowieso mitfühlen, letzten Saisons war ja immer wieder hart, wir haben ja quasi ein bisschen parallel gespielt, letzten Jahre, mal ist der eine abgestiegen, mal der andere, beide gehören eigentlich nicht dahin, wo sie gerade sind, also wir jetzt gerade wieder da hoch, aber ihr vor allem nicht dahin, wo ihr gerade seid, deswegen glaube ich, ein sehr freundliches Traditionsduell am Sonntag, mit mal gucken, wer das Ding dann am Ende wuppt, aber mit sehr viel Zuspruch für die Spiele danach, sage ich mal und natürlich gerne auch für euch in die Kommentare, schreibt gerne rein, für wen seid ihr natürlich, wer kommt hier von Bremen, wer kommt von Stuttgart, gerne eure Tipps abgeben, Saisonprognose auch gerne, wo landen unsere Vereine, danke fürs Zuschauen, wie immer gerne kostenloses Abo und Like da lassen, bei mir, wie auch bei Nico, ganz klar Geschichte und bis zum nächsten Mal. ARD Text im Auftrag von Funk 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 Untertitelung des ZDF, 2020